Jo, hi zurück zu The Last of Us, ich glaube wir sind hier immer noch in diesem Hotel oder was es ist, wo letztes Mal hier ein bisschen angerissen wurden, aber was mir aufgefallen ist, man könnte ja eigentlich da noch rein, die Tür ist zu, nach oben geht natürlich nicht, was wissen ist, verschlossen ist und können hier durch, oder? So, fertig, dann kann man die Tür wahrscheinlich auch hier aufmachen, ja, flop. Oh, noch eine Tür. So, oh, sehr gut. Auch sehr gut. Ist ja dann doch gelohnt, hier nochmal reinzugehen. Okay. 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 Evacuate, also Anniversary, sagen wir mal, das ist der 8. Oktober 2013. Also 8.10.2013. Okay, ausprobieren, oder? Ah, ich checke ihn nochmal. Ich dachte, der stimmt. Ich auch. Lass ihn mal raus. Lass ihn mal raus. Ah. Ah. Also 08.10.2013. Ah, ich checke ihn nochmal. Ah. Ich checke ihn nochmal. Ah. Und das andere habe ich schon wieder vergessen. Lass ihn mal gucken. Lass ihn mal gucken. Ah. Ich dachte, der stimmt. Das dachte ich auch. Hm. Sollten wir doch mal ein bisschen Dokumente lesen. Hochzeitstag. Und das ist der 8. 30. 30. Jahrstag. 8. 10. 13. Amerikanisches Format vielleicht. 10. 8. Ah. Ich checke ihn nochmal. Ich dachte, der stimmt. Jahrtag. 20. 20. 20. 20. 20... 20. 21. 20. 21. 22. Ich lese, ups, ich lese das noch mal. Bin ich vorsichtig. 30, wie wär's denn mit 30? 30 ist da. So was vielleicht. 30, 18. Also 8.10. ist okay. Ach so, 30 Jahre her. Ach so. Moment mal, wenn das jetzt... Oh shit, lass mal. Scheiße. Ja, was steht da? Das ist ja 2013, oder was ist das hier? Das ist der 30. Also das ist der Hochzeitstag. 3 hin, 4 im Sinn. 83. Also das ist dann der achte, zehnte, äh, zehnte. Puh. 83. Mh, mh, mh. Mh, macht Sinn. Okay. Okay. Hat ein bisschen länger gebraucht. So what. Okay, wir sind hier raus. Können auch unten runter. So, äh, eigentliche Idee war ja, gar nicht mal hier immer in die Häuser rein zu krabbeln. Sondern straight der 5 zu folgen, aber machen wir gar nicht. Hier Carmen, äh, lass mich kurz gucken, von hier, oder? Das ist ansonsten auch Sackgasse, oder? Ne, überhaupt gar nicht, äh, doch da hinten ist Mauer, da waren wir jetzt komplett drin. Ach du Schande. Tür ist zu. Ah, scheiße. Ich muss da rein. Also richtig supi-scheiße ist es, ne. Warum? Speed Limit. Okay. Drum sind wir schon mal. Immer dasselbe. Mhm. Aber ansonsten, das Ding kriegt man nicht auch, ne? Die Tür hier. Oder man kann da irgendein... Ne, kann man nicht, ne? Ding hinschieben. Ja, Sprach... Oh, wir wollen hier irgendwie, äh, alles Mögliche... Aha, Vorsicht, Mülltonnen. Mhm. Ah doch, hier. Okay. Rutschgefahr auf der Rampe. Und das Ding, fährt das Ding noch runter? Und rauf? Ne, ne? Ne. Ja, ich sagte eben, äh, nicht so viel ablenken lassen, lieber mal ein bisschen vernünftig zocken. Ja, äh, äh. Das ist einfach doch spannend. Vielleicht geht ja das Tor einfach auf, kann ja sein. Mal kurz gucken. Oh, ich weiß nicht. Und jetzt? Ja. 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 doch das war ziemlich schlau ali megaschlau das ding das ding sehr gut ok wow das ist Krankenhaus fuck ich dachte ich wäre näher Tagebuch eintragen ja ich will keinen Tagebuch eintragen ich möchte eigentlich gerne die Map gibt es einfach echt nicht mehr ne bin geschockt achso die könnte ich natürlich auch mal bauen dann könnt ihr sich fragen warum steht hier sowas weil die hier was bauen ok ok es gibt gar keine Treppe oder irgendwie sowas ist hier alles übelst belagert äh hausbesetzungsmäßig mein natürlich ok und du gehst nicht auf ok also wir wollen da rüber hüpfen da runter sowas kann das sein so jetzt ist die Frage wer wird uns jetzt begegnen hier ne ok 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 Was für Nioh. Kärtchen. Was für Nioh. Das ist es ansonsten, oder? Ich habe jetzt hier nicht irgendwie noch ein Fach vergessen beim reinkommen. Nee, okay. Ja. Was ist denn das für ein Gebäude hier? Ich habe keine Idee, ne? Showroom, irgendein Verkaufsding. Ich werde nochmal draußen gucken, da geht es rein. Okay. Okay. Da hinten geht es weiter. Okay, okay. Okay. Warum wohl? Wir werden es mal rausfinden. Alter, wenn hier schon so eine Wand steht. Oh. Das wäre auch mein Kommentar gewesen. Oh. Brauchst du nicht mehr. Oh, böse. Hm, ansonsten alles easy. Okay. Alter. Verflucht. Oh, Mann. Hier reingekommen, oder wie? Hallo, kleiner Freund. Das ist übel, ne? Du gehst halt einfach durch. Du denkst, das ist eigentlich sicher. Und das ist das mal gar nicht. So, der Freund wartet da jetzt hier auf uns irgendwo. Hey. Teil. Wo sind wir hin? Der obendurch, oder was? Dein Ernst? Oh, Stalker. Oh, fuck. Ich muss hier rausfinden. Diese Wichser sind leise. Oh. Ich muss hier rausfinden. können wir noch ein bisschen was anderes basteln weil die könnten natürlich super helfen richtig nice ecke hier yummy ja Das bringt nichts, ne, wenn ich es nicht sehe? Das bringt nichts, wenn ich es nicht sehe. Auch einer, okay. Gar nicht so schlecht. Ich habe es schon einen Bedeutung für die Gläufe ausgesucht. Und zwar auch eine Ausflugung. Das war's für heute. Oh man. Oh man. Da irgendwo, ne? Da hinten, mhm. Cuckoo. Ah, shit. Okay. Okay. Manchmal ist sie weglaufen, besser. Das war richtig knapp. Mal zurück und gucken. Mal rein theoretisch können wir jetzt auch laut sein, ne? Bisschen orientierungslos. Da sind wir rein, genau. Das ist der große Raum. Ich laufe mal ganz normal, oder? Die sind jetzt hier, aber glaube ich nicht mehr da. Okay. Das ist ein großes Büro-Ding, ne? Okay, da können wir durch und kommen wir da hinten raus, ja. Da könnten wir rein. Das ist es dann, glaube ich, auch, ne? Dass wir da hinten in das kleine Büro hier nochmal reingehen. In der Mitte. Okay. Hm. Die haben wir voll. Die gehen nicht. Okay. 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 Okay, von hier sind wir eben gekommen, ne? Das war das Ding hier. Hier haben wir gefightet. Da drüben waren wir noch gar nicht drin. Shit. Okay. Server-Raum. Okay, hier können wir raus, ne? Erstmal frische Luft rein, das ist schon mal nicht schlecht. Das ist das Ding von eben, ne? Wow, okay, da rüber, da rauf. Okay. Das hab ich gespürt. Und hier komm ich nicht auf die Straße. Ich muss wieder rein. Okay. Runter zur Straße. Wird aber mal übelst drauf gemusst, glaube ich. Oh, scheiße. Wieder was verpasst. Hier rauf kann ich nicht mehr, ne? Kann ich jetzt hier nicht die Scheibe anschlagen? Nee. Nein. Okay. Gut. das hört sich für mich alles äußerst ungesund an hallo hallo geh weg du vogel Mann ey haut doch mal ab die sind so hässlich ja du witz ja ja jetzt gucken wir erstmal hier was wir noch finden können das ist schon ziemlich ugly haben sie sich überall durch die wände gefressen oder was ist das hier aber da drüben wo licht ist kann man raus würde ich mal sagen also auf der hellen seite denke ich mal zum wasser hin müssen wir raus also da waren wir ja aber wir können hier die seite eigentlich durchgehen sehr gut das ist voll da kommen wir nicht raus das war ja clever da mal los da wird es viel weg von mir oder 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 auch oder Wow. Wow. Klack, klack. Verschlossen. Okay. Man fragt sich halt, was passiert, wenn man da jetzt ins Wasser sprengt. So, die Tür, wie kriegen wir die auf? Indem wir da drunter krabbeln. Na, nice. Alter, wer bist du denn? Oh man, die würden nur ein paar Sachen mitnehmen. Freunde, ja genau. Brauchst du doch nicht. Okay, also wieder raus. Okay. 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 Das war's für heute. Schon klar. Kleine Holzlotte. Wo drauf kommt, tun wir nicht. Mal gucken, kann man da irgendwas reinschmeißen, schwimmen, irgendwas, was schwimmt oder so. Okay. Okay. Upluck. Ja, vielleicht klappt's ja jetzt. Das frage ich mich auch. Das ist wie so ein Bahnhof, oder? Lass mal rausgehen und gucken, würde ich sagen, oder? Metro, mhm. Mh. Du bist hier. Und das Krankenhaus ist hier. Mh. Abkürzung durch den Park. Klar, Abkürzung. Nur rumgelaufen hier. Meine Güte. Okay. Ich würde mal sagen, wir schauen uns den Rest hier beim nächsten Mal an. Okay? Also, bis denne. Ciao.